Naja, ich spawne in Elektro, ich komm dir entgegen. Laufst du weiter? Ja, ne? Ja, lass uns mal zu... Hier, was ist der Trader, bla? Construction-Side-Trader? Der ist doch in Solnitsch nie, oder nicht? Mh, Nähe, ja. So, lass uns mal überlegen, wo komm ich denn jetzt hier in Elektro am Einfluss in... Alpha Cappoint, Cappoints! Ja, aber die stehen schon wieder so mitten im Bild, das hasse ich ja. Ach, die Meldung, ne? Mh. Mh. Blab-dab-da-da-da-da. Ich glaube, ich stelle das jetzt einfach echt mal online. Das hat gerade aufgenommen, als ich das erste Mal verreckt bin. Joa, ich fange jetzt auch an. Ich hab schon wieder Schüsse-Scheiße. Gib mir eine Waffe! Oh ja, da oben ist gut Party. Oh, oh. Also ohne Schießeisen wird dann nix. Das sieht nicht gut aus. Hallo? Hallo? Hier ist Action, aber kein Loot. Das gefällt mir nicht so richtig. Ah, Kirche, Kirche, da gibt es immer Waffen. Oder auch nicht. So, jetzt endgültig rehen. Ich bräuchte mal endgültig Loot. Hat mir hier auf Channels eigentlich schon mal eine Base gebaut? Ne, ne? Ähm. Doch, ganz hinten oben. Naja, ich erinnere mich. Black Market. In der Weste. Oh, ne Makarov SD-Mac. Nice. So, dürfte ich bitte? Ich möchte gerne... Ja, pack den Raketenwerfer weg. So. Fick dich. Ich will hier diese Weste haben. Gib mir diese. Danke schön. Oh, man kann Mülltonnen looten. Wo auch immer die herkommen, aber ja. Pack Activity, a brute force whatsoever. Alter, was ist denn hier mit den... Sorry Makarov, aber du bist dismissed. So. Ah! 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 ARD Text im Auftrag des WDR Tja, das ist hier alles ziemlich viel offenes Feld ey, ich weiß nicht ob ich hier vernünftig wegkomme Das Shepard zumindest ein Scharfschützengewehr Ich höre den Bullet Crack nicht O Scheiße Wie weit mag das sein Ah, Beschuss Beschuss Alter, wie viele Leute sind denn hier? Okay Hast du einen Insta-Dock? Ich küsse gleich einen von mir Und was tun sie? Was weiter? Jo Warte, ich schmeiße hier immer den Insta-Dock vor die Füße Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, was? Ich glaube auch mal hier im... Das müssen wir morgen sein Oder mal eben schauen was da oben zu kaufen gibt Können wir auch machen Das ist auch safe... ne ist kein Safe-Sone, ne? Bin ich mir grad nicht sicher Ich glaube nicht Das Stück hier ist jetzt natürlich undankbar Ich werde beschossen So, wo bist du? Äh, was? Wie, wo? Wo kam ich her? Ich wurde grad beschossen, keine Ahnung Ich würde behaupten entweder von der anderen Seite vom ersten Strip Oder oben von dem Hügel, wo man sich da mit dem Mäuerchen hinlegen kann Ich werde gleich rausfinden, denke ich Aber nicht vom Hero-Trader Ne, ne, der hätte mich noch gar nicht sehen können Ich laufe jetzt zum Tower Ich weiß nicht, ob ich da oben schon einen liegen sehe am Berg Ein bisschen unterhalb von wo der Hero-Trader war Ich glaube da liegt einer Doch ein Hero-Trader Ich glaube da liegt einer unterm Baum Sag mal wo Er geht durch die Straße hoch, ne? Der Feldweg Ja, ja, ich seh ihn Und dann Alter, Sach! Sprich mit mir! Ohne Scheiß! Ein bisschen weiter rechts davon in der 600 Meter weit ist der weg Da ist der Feldweg Der liegt Fast ganz oben am Feldweg Aber links davon Oder ist das rechts davon? Ich bin mir nicht sicher, wo der Straße aufhört Wo... Okay, pass auf Feldweg hoch Der liegt relativ weit oben rechts vom Feldweg 600 Meter Oh meinst du, ich treff den hier? Ich bin von hier nicht Oh meinst du, ich bin von hier nicht 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 und ich bin von hier nicht Ich bin von hier nicht Ich bin von hier nicht Der macht da oben noch mal so'n Knick nach links, ne? Ja, warte mal Kannst du's markieren? Hinter dem Knick nach links noch So, guck mal Jetzt wird doch interessant Oder auch nicht Nicht blöd Rechts vom Feldweg Hier so behindert Kannst du den markieren? Ich seh ihn gerade im Moment nicht War das da oben? Ne, der war doch nicht da oben, oder? Warte mal bitte, ich will hier eben die Munition noch mitlooten Ich bin nämlich oben im Tower und hier liegt einer, der mir freundlicherweise Seine M110 überlässt Der lag ungefähr Boah, scheiße, wo lag der denn? Das ist jetzt reingeraten, ne? Guck mal, ob das ungefähr auskommt Ja, ein bisschen weiter Hangabwärts, glaub ich noch Die große Frage ist jetzt halt Hedgeback, glaub ich Oder ein Golf ist das ja, ne? Das ist ein Golf, ja Das ist auch vom Airfield D sind hier, was Airfield Hinten bei den Baracken Der ist ja nicht so rückwärts Gibt noch einen Da ist noch einer Habt ihr ihn im Golf? Und sein Mate links daneben Warum fährt der Golf weiter? Ich hab doch zwei Leute gekillt Was? Da oben hält er jetzt an, oder was? Kommt noch einer angelaufen Wo? Von hinten, von Wo ist der andere Golf? Von Süden kommt einer angelaufen Ist bei dem andere Golf, ist bei mir hinten Scheiße, ist er schon hier oben Ich geh mich nah bei dir Bei mir an dem Baracken ist er schon, ja Ich hab deine Waffe nicht gehört gerade, ne? Da ist noch ein Schally drauf M110 mit dem Schally Die Frage ist, wo ist der andere Typ? Weiß der, wo ich bin? Bei vorne in die Baracken ist er noch nicht rein Und so wirklich wohlfühlen tu ich mich hier gerade auch nicht Wo ist der Golf bei dir in der Ecke hin? Ich höre nicht, der ist Richtung Osten weg Oh, ich bin so blöd Schießt du? Ja, hab einen Ich trau dem Bratenhalter von oben nicht, sonst würde ich da mal hinlatschen, ne? Wo von oben? Ja, von wo du ihn gerade geschossen hast Ich möchte halt eigentlich nur wissen, wo der Golfling ist Ja, Richtung Hero Trader, der wird da oben linksbogen fahren, schätze ich Ich ziehe ein Wo? Weiter rechts von dem, was du gerade markiert hast Ach, da ganz hinten, okay Bergabwärts laufend, ne? Ja, aber nach rechts, ja, wirklich, ja Ich hab keinen Range verändern, ne? Der andere Golf, der da oben steht, ist halt offen Aber ich hocke hier auch richtig scheiße Also wenn von irgendwo anders jemand kommt Aus Krasnostav Oder so, dann macht der mich weg Wollen wir versuchen hier erstmal wegzukommen, Flo? Das ist mir gerade, ehrlich gesagt, zu heiß Ja, ich hocke auch doof, weil ich hocke genau zwischen, ne? Ja, lass versuchen wegzukommen Wo willst du hin? In welche Richtung? Erstmal wieder Richtung Clan Heli über Krasno Wir sind so weit weg Merk' ich gerade Ist halt alles voller Bäume, ne? Ich zieh den Wald gar nicht Tja, ist der Sniper da allein oder hat er Freunde? Was wird's los? Was wird's los? Was wird's los? Ja, ich zieh den Wald.